Und auf der Lotzei in der neuen Folge von Let's Play Potter World. So, die Firma Vorwerk. Kommt! Noch ein bisschen Türmchen. Nein? Gut. So, dann wird das ja auch mal weiterhin erledigt. Ah ja, ihr seid hier mal fertig. Dann geht hier mal hier an die Steine. Können wir noch irgendwie aufsteigen? Was wollen wir noch? Tausend Steinen. Was ist das? Das ist wie nur ein Nest. Heilverletzte Einheiten. Also die Heilungsreiter von Druiden, München und Tempeln des Spielers. Ich habe nur ein Problem mit diesem Talismänner-Zeug. Warum kann ich ihn nicht in die nächste Mission mitnehmen? Das würde so viel Sinn machen. Klar, wer denn sonst? Aber wenn die jetzt sind, können wir ruhig wieder die nächste Gebäude antackern. Ah, da haben wir noch zwei so Türmchen. Es wäre schön, dass, wenn die kein... Ja, keine Energie mehr hätten. Aber Türme brauchen keine Energie. Auch nicht diese mechanischen von denen da. Was fehlt denn noch? Es fehlt noch ein bisschen Stein. Dann gehen wir auch mal da hin. Also mich jetzt gerade mal so wundert. Der hat dieses Sternen-Level ja eigentlich schon, ne? Obwohl er hier auf Rang 3 sitzt. Hat er schon den Stern. Also es ist wurscht, wo ich ihn selbst kann. Ich kann ja auch auf eins setzen. Er ist gleich stark. Und das wäre ungewöhnlich. Ah. Ja, ja, jetzt müssen wir hier. Ich mag das. Naja, nicht so. Ja, das ist ein Samurai. Zack, ist er weg. Jetzt geht's auf den Druiden. Na komm. Haut diesen blöden Turm weg. Ich mag das. Okay, wieder gleich einer weniger. Zack. Geben wir auf den Druiden? Nein. Geben wir hier Kohle wie denn sonst? So, damit dürfte diese zweite Basis auch gleich weg sein. Sie dürfen nicht entkommen. Und dann mal gucken, ähm, wie sie aussieht. Weil da ist aber nicht vier andere Karten über. Da-da. Da-da. Quest verwendet. Komm, Video. Nein. Boah, diese aus, diese Tore hier, was die aushalten. Ah, 1240 gedöhnt. Was fehlt uns jetzt? 1000, 1000, 1000. Ah. Äh, müssen noch ein neues Gebäude bauen. Zu Diensten. Äh, 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 Waffenmacher? Produziert, äh, Spezialeinheit, denn? Hm, Spezialeinheit, denn? Hier. Dann passt das. Zack. Vielleicht können wir nämlich dann erst... ... ... ... ... ... Endlich, Action! Hier! Benötigt Warenhaus? Neugebäude einhalten. Gebäude benötigt Warenhaus. Warenhaus? Warenhaus! Ja, klar, wir müssen Ressourcensammelstelle. Produzierte Handkarren... Alter, das ist wieder zu groß! Äh. Näääh! Äh! Gehärtete Klingen, erhöhter Pfeilschaden, erhöhter Bogenreichweite. Immer her damit. Mörser. Ja, sowas wollen wir auch. Was? Bin ihn dann geladen. Zu Diensten. Okay. Richtig, 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 was ihr wünscht. Dann mal los, dann mal los, dann mal los. Richtig, dann mal los, richtig, dann mal los, richtig, was ihr wünscht. Kein lustiger Spruch. Richtig, dann mal los, dann mal los. Fehler, Fehler, ich hätte schon misstrauisch werden sollen, als es bei der Busterung hieß. Hey, du, bist du Schützenrekrut? Heb doch mal die Handtütsstange hier hoch. Und jetzt schleppe ich hier ein 35 Kilo schweres Gerät durch die Gegend. Danke, ich hätte schon misstrauisch werden sollen, als es bei der Busterung hieß. Schnauze. Okay. Jetzt kommen wir mal kurz zurück. Ich kann wissen, dass noch relativ viel erforschen hier. Blum, 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 blum. Wie komme ich hier rein? Kann ich hier durch die Bäume durch? Mörser meldet sich. Kommt. Dackeln wir alle hierher, vielleicht kommen wir da durch. Mal gucken. Ist jetzt nicht so weit, bis dahin, da können wir mal, ja. Ding machen, ja. So, kann ich jetzt aber doch bitte schön... Jetzt wird mir hoppen. Gut, aber die schaffen einen Bauplatz, das ist schon okay. Das ist schon okay. Aber ich habe irgendeinen, der pennt, oder? Ich schweige und gehorche. Ja. Wo gibt es einen Bauplatz? Hier. Irgendwo. Da, hier. Der muss weg. Ist das was noch? Tausend Holz. Okay. Ja. Was ist das? Das Herz des Fragenden ist Zen. Okay. Ich würde gerne irgendetwas anbieten, um dir zu helfen. Ja? Aber im Zen haben wir überhaupt nichts. Zen ist nicht etwas Auflegendes, sondern Konzentration auf deine alltäglichen Verrichtungen. Alles wichtige Lehren für meine tägliche Arbeit. Das Herz des Fragenden ist Zen. Sagt der, der ein Mörs auf der Schulter hat. Okay. Das besteht ein sehr ausgeglichener, ein sehr friedfertiger Typ. Lagerkatzapität. Lagerkatzapität. Handelskaren. Nee. Ich muss jetzt nicht hier handeln. Komm. Ah. Ja. Ja, damit. Machen wir mal auch mal einen. Gucken wir mal, wie die sie sind. Ach, der schnarcht. Ich dachte, wir ruseln hier so. Ähm, ja. Kommen wir auf den Weg. Auf den Weg. Ich gehe vor. Wo führt uns der Wegfinder-Algorithmus hin? War erst mal nicht so recht. Gar nicht. Okay. Ist irgendwie nicht erreichbar. Ja, wahrscheinlich muss ich die Bäume abbauen. Okay. Ja, nicht unbedingt. Ich habe jetzt keinen Bock drauf, muss ich sagen. Was ist denn das hier? Okay. Was ist denn jetzt überhaupt noch? Auf den Pirsch. Finden sie einen Tempel? Ach so. Ja, dann finden wir doch mal einen Tempel. Okay. Ich will kämpfen. Ach. Guck mal an. Ach, da würde ich doch sagen... Da lang. Da klopfen wir doch mal an. Fragen wir mal, ob sie... so Milch und Zucker haben? Kling, kling. Aber jetzt? Brauchen wir mehr Speicher. Das ist schwache mechanische Einheit. Und Scout-Reihen hat ein Maximum-Level. Oh, das geht schon bedeutend schneller. Da lang. Das geht schon bedeutend schneller. Was gibt es hier so? Auf dem Weg. Der alte Tempel, richtig? Ja. Ein Ort der Ruhe und Meditation. So heißt es. Wir brauchen zusätzliche Truppen, wenn wir da rein wollen. Hm. Schätze ich auch. Okay. Ach, der hinten hat alles gefunden. Okay. Ja, dann sollen wir zusätzliche Truppen brauchen. Dann brauchen wir zusätzliche Truppen. Dann bauen wir noch einen Traik. Und dann bauen wir noch... Ja, alles was. Gettling-Schützen. Und... Ah, hier sind wir voll. Okay. Gut. Minigun geladen. Minigun geladen. Schaut, fährt los. Ich habe doch hier auch irgendein Stein-Dings. Da, hier Stein-Dings. Ich glaube, dass es das abreißt. Sieht schon cool aus, dieses Baumhaus. Nächste Aufgabe. Wie komme ich da hin? Muss ich da... Irgendwo außen rum? Ja, da muss ich irgendwo außen rum. Lass ihn nicht mehr da hochschlappen. So, haben wir irgendein Ende pennt und nichts zu tun hat. Die haben alle was zu tun. Boah, ist ja Wahnsinn. Wir haben fünf Leute am Futter. Ja, gut, ja. Wir haben fünf Felder. Aber da haben wir so viel genug. Schreibe und Gehause. Also so viel... Da haben wir so viel genug. Nibeturm. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Tierhaus haben wir gebaut. Doge haben wir gebaut. Maschinenbrauer haben wir gebaut. Ähm, Sauerfa... Ja, gut. Endlich, Action! Ähm, ne, hier. Euer Befehl? Dann haben wir den Tempel gebaut. Wir haben Waffenbacher gebaut. Also wir haben... Brandfallen, Tor, Gedöns, Blah. Brauchen wir nicht alles. Haupthaus Epoche 4. Ist ja wohl das hier. Kann nicht kämpfen. Versteckt Gebäude in seiner Umgebung. Bauen wir einfach hier hin. Völlig wurscht. Nebeln wir hier alles ein. Gibt es nochmal eine Stufe? Nein. Das war die letzte. Ich gehe vor. Lagerkapazität. Ja, gut. Höhter Pfeilschaden. Ja, sicher doch. Aber das schicke ich nicht zum Kämpfen. Wir, äh... Wagen hier strikte Arbeitsteilung. Ja, so holzmäßig bin ich jetzt... Ich könnte mal drei Holzsammler. Ich habe aber auch gerne mehr über, über hier. Dann würde ich sagen, wenn du mit seinem Türmchen fertig bist, aber Holz sammeln. So. Hm, 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 hm. Platz da. So. Oh. Schon gesehen. Kommt. Kommt. So. Keine Ahnung, wie lange die Folge schon wieder ist. Wahrscheinlich auch schon wieder eine halbe Stunde. Ja, ich will nicht drei Folgen pro Mission machen. Das ist auch immer echt irgendwie lang. Ich meine, ich habe jetzt zwischen der jetzigen und der Folgen schon mal so zehn Minuten unheucht gespielt, weil nicht so viel passiert ist, weil ich ein bisschen ausgebaut habe. Also, sonst ist das nicht ganz so spannend hier. Oh, was ist das jetzt? Pfeil Hagel. Ja. Nehmen wir auch. Ich mag es wie so Bogenschützen. Wehrt ihr euch? Ihr wehrt euch, ne? Ja, ja. Äh. Halb rum. Ich wollte gerade sagen. Auf dem Weg. Ja, ich habe einen Druiden dabei. Kommt. Ja, pappalapap. Platz da. Fertig. Nebelturm. Ich schweige und gehorche. Ja. Geh Holz hacken. Wow, jetzt ist es hier. Ist es gut für die Felder? Alter, hier ist natürlich was los. Jippie. Ja. Los geht's. Ach, 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 ach. Los geht's. Ja, weg. Endlich, action. Zwei weg, klar. Zwei weg. Alter, wäre gut. Nicht ganz so froh, ehrlich. Alter. Da bauen wir doch gleich einen nach. Ja. Auf der Bale. Und nach. ito. Oops Dynam роi. Alles gut? centigrade. Nichts nicht. Ich nicht. Mitglied. Dann. ア. Ich bin. Ich bin. Ich bin. So Leute, an das Tor. Boah, was ist das? Sind die alle drauf? Wie blöd. Sehen gar nicht. Exo-Vollstrecker. Hm, finde ich gut. Finde ich gut. Geht's los? Mhm. Wir halten aufschau. Wie viele Türmchen haben wir hier noch? Nicht mehr so viel, ne? Nein, ist okay. Das ist okay. So, aus dem Weg. Hereinspaziert. Ah. Wo können wir denn hin? Das müssen seine Täter. Ja, wäre gut, der darf wegrennen. Der wandert auch noch durch. Leider truppenmäßig. Mösschenmäßig. Knarzt. Kein Platz mehr. Gut. Äh, warte mal hier. Warte mal. Euer Befehl? Äh, wieso steht... Ach so, weil der Lager... Weil der Lager voll ist. Und los. Ist gleich... Gleich, bin gleich da. Einen Moment. Wir müssen auch kurz warten. Jetzt rief die Zeit. Tschüss. Sie dürfen nicht entkommen. Bereits. Das ist 8, hier sind die... Oh Gott. Pfeilhagel. Das gibt heute noch weg. Was ist dahinter? Lasst uns kennen. Ich muss nicht mehr in vorderster Linie stehen. Hm, 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 hm. Jo, ihr seid am Arbeiten. Okay, das passt. Boah, das ist ein bisschen... Ich hab's okay. Oh, du Zeug. Gut. Ich bin... Ich benutze noch nicht mal die... Spezialfähigkeiten. Ja. Auf dem Weg. Das ist nur ein Törchen. Da brauchen wir nicht mehr. Und los. Husten, husten. Wir haben ein Problem. Schießen die hier rum? Ich schieße tatsächlich. Eine Reichweite. Aber nur... Nur relativ selten, ne? Platz da. So, geht ihr mal da runter. Alter? Alter Verwalt... Ähm. Moment. Da lang. Das mach ich mir doch ein bisschen einfacher. Okay. Ich mag das. Lauf! Oh, nein. Sicher. So gehen die immer nur auf meine Held. Verdammt noch eins. Das Kohle ist nämlich auch gleich weg. Auf dem Weg. Platz da. Yippie! Ja! Hangeblieben. Du Hangeblieben. Da lang hier. Bleibt nur neben den Ruiden. Kohle! Himmel! Okay. Ich gehe vor. Ich gehe aber wieder ziehen. Ja. Ziehen. Ja doch. Er ist noch eine Heilreichweite. Okay. Ich wollte zeigen, wie es so richtig rauskommt. Die Heilreichweite raus. Was hält diese Tour aus? Das ist doch eine 9000er-Tour. Gute Weinheiten verloren. Meine Hauptbahn. Du. Dein. Okay. Jetzt geht's los. Na, das war. Großtiener und Bela. So, jetzt aber. Und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ich nehme an, Heinrich, Sie haben die Störenfriede endlich besiegt. Einer fehlt noch. Heinrich mussten wir leider in der Eiswüste zurücklassen. Der Stadthalter wird enttäuscht sein, dass seine Scherben so schlechte Arbeit leisten. Ich? Ein Scherge des Stadthalters? Lächerlich! Ich bin die Stimme der Sies, ihr stellender Arm, das Schwert, welches den Widerstand zerschlägt! Ich bin mir sicher, dass der Hohe Rat diese Tatsache ebenso interessant finden wird wie wir. Die sind doch alle korrupt! Ja, gut. Und dann wird er diese Folge endlich mein Ende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschau! Tschau!